Guck mal, guck mal hier. Mein Bruder ist eingekommen. Hi. Ihr habt ja geschlafen. Das ging sehr gut klar. Ja. Da oben ist der Goldmann. Natururinsschlaf gemacht. Sieht wirklich irgendwie geil aus, aber auch irgendwie scheiße. Also es sieht unbequem aus, aber es sieht geil gemacht aus irgendwie. Wie du da so hängst in der Luft auf dem Aft. Wie so ein Paultier. Es ist wirklich geil. Es sieht wirklich mega geil aus. Es sieht auch irgendwie interessant aus. Irgendwie so, als ob man das gleich nachmachen wollen würde. Diese ganzen Seile, also diese urinfarbigen Bänder hier. Die sind so zur Seite, irgendwie so zur Seite gemacht. Genau. Hier von unten nochmal zu sehen, wie krass Natururin hier durchhängt. Also ich fasse ihn jetzt mal an. Das hier ist ein Rücken. Der hängt richtig krass durch hier. Und hier, guckt mal hin. Hier sind gar keine Seile mehr. Also der hängt ja wirklich komplett durch. Ich muss sagen, ich finde diesen Ohren mega geil. Ich finde es krass, dass er es durchzieht. Und ich wünsche euch eine zweite erfolgreiche Nacht. Ich war jetzt auch einmal kurz auf dem Baum drauf. Und weiß jetzt, wie es in etwa ist. Und mir ist schon nach 15 Minuten auf Fuß eingeschlafen. Und die sind hier einfach 36 Stunden drauf. Also Leute, zieht euch das mal rein. Krass, auf jeden Fall. Ihr müsst alle das Video liken und kommentieren. Weil es eine krasse Leistung ist. Man muss erstmal den Mut haben, auf einem Baum, wo man runterfallen kann, einzuschlafen. Das finde ich schon ganz krass. Aber es geht.